Es ist Zeit, dass wir uns unseren ersten Orden holen. Der Donnerorden wartet auf uns. Mal sehen, was der Endgegner sein wird, beziehungsweise unser Boss und wer uns den Donnerorden dann verleihen wird. Let's go! Okay, es ist nicht direkt ein Bosskampf, sondern vielleicht müssen wir erst hinlaufen. Ach, da ist er ja schon. Jetzt sagt mir nicht, das war's. Das kann nicht sein. Es ist Zapdos! Wie krass ich's geraten hab, man. Ich meinte noch im letzten Part, wir sind hier mit Zapdos unterwegs. Und jetzt kommt's wirklich? Holy shit! Nicht dein Ernst! Oh mein Gott! Alter, und ich hab nur 29 Energie. Ei, 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 ei. Alter, wie krass ist denn das? Ja, okay, das... Ach, weißt du was? Ich bring mich jetzt mal kurz um. Und dann hab ich jetzt wieder voller Leben. Inklusive meinem Bonusleben noch. So, wir wissen. Also, jetzt Konzentration, weil das Zapdos scheint hier... Waaah! Scheint ja ganz schön heavy zu sein, ey. Vielleicht einfach durchrennen? Okay, wir müssen auf die Spitze des Bergs. Und da treffen wir auf Zapdos! Holy shit! Und er wirft mit Voltoballs! Was nichts anderes sind als Bomben. Ja, fick dich! Muss ich garantiert da hochwerfen, oder? Ist aber gar nicht so einfach. Kannst du die auch ein bisschen knapper werfen? Scheiße. Also hier stehe ich, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Ich muss die schnappen und dann hochwerfen, ne? Habe ich dem jetzt geschadet? Halt! Gib mir! Es wäre lächerlich, wenn es nicht darum ginge. Ah, das Problem ist, ich kann nicht genau erkennen, ob ich ihm weh tue. Vor allem, weil er sofort explodiert. Das ist das Gemeine an der Geschichte. Aber es geht garantiert darum. Ich muss den quasi in der Luft abfangen und sofort schmeißen. Und das ist schwer, vor allem, weil man die nicht sieht. Ah, scheiße. Oh, jetzt hat es mich sogar selber erwischt. Komm! Scheiße, komm, komm, den fange ich jetzt. Wartet, 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 wartet. Und! Alter, das ist ja echt knifflig. Ja, jetzt habe ich ihn offiziell getroffen. Man hat auch eine Treffer-Animation gehabt. Sehr schön. Er muss ihn ein bisschen knapper werfen. Ja, okay, das bringt mir nix. Oh, was? Jetzt habe ich ihn aber doch so gut wie getroffen gehabt, ey. Komm! Nein! Ich habe mich selber zerstört, quasi. Ah, komm, jetzt aber. Okay, jetzt aber. Nein! Die heben sich immer auf. Das ist saumies. Jetzt aber. Ja! Okay, wieder ein Treffer. Nur dreimal oder öfter ist die Frage. Ja, dass der Blitz nur an eine Stelle einschlagt, vereinfacht das natürlich enorm. Wenn ich mich die ganze Zeit noch nebenbei bewegen müsste, wäre es ultraschwer. Okay, jetzt fange ich an, leichtsinnig zu werden. Jetzt komm schon. Wirf mal einen wieder hier ein bisschen näher hin. So zum Beispiel. Nein! Oh, das war schlecht. Naja, komm. Das kann ich auch mal wieder absladen. Verdammt. Komm, der ist immer gut. Ja! Nein! Oh Mann, ich hasse es, wenn sie sich aufheben. Ja, jetzt! Oh, es war ein Treffer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, wieder aufgehoben. Na, die heben sich immer auf. Na, die heben sich immer auf, ey. Ich glaube, ich muss, ich muss den aber sofort. Ja, jetzt hat er aber. Sehr schön. Dritter Treffer. Zapdos. Jawohl, und das wird wieder... Oh, Zapdos ist down! Puh, das war auch von der Zeit her noch ganz schön knapp, ne? Alter, wir haben Zapdos besiegt und da ist er wohl verdient, unser Donner-Orden! Das werden wir mit Vergnügen tun! Sowas wie Switchblock, könnte man schon fast sagen, ist das. Wir gehen also wieder zurück in die Stadt und werden uns jetzt direkt zu Checkpoint Nummer 1 begeben. Aber wenn ich schon mal da bin, dann heile ich mich nochmal ganz kurz. So, das geht ja recht fix. Und dann gehen wir zu Checkpoint Nummer 1. Und, ah, der macht hier hier quasi so eine Art Barriere. Und damit kommen wir dann nämlich auch an zu Welt Nummer 3. Ah, jawohl, The Dragoneer Canyon. So ist es. Der Canyon. Und den gucken wir uns natürlich sofort an. World 3, Level 1. Okay. Oh nein, ein Scrolling-Level. Also bisher, äh, gefällt es mir sehr gut, dieses Spiel. Boah, True Talk, alter. Es ist, äh, abwechslungsreich. Es ist nicht zu schwer. Es ist jetzt auch nicht... Ja, es ist... Ich würde nicht sagen, es ist zu einfach, aber es ist doch schon recht einfach gehalten. Aber damit habe ich ja eher weniger ein Problem. Ich stehe ja drauf, eher so die Spiel... Oh, der kann mal runter, kann das sein? Scheiße, da war aber schon mal was, wo ich runter konnte, ne? Hm. Okay. Der grinst mich blöd an. Warum grinst der mich blöd an? Brauche ich da alle Münzen? Brauche ich da alle Münzen? Äh. Oder kann ich da einfach wieder hoch? Oder kann ich da einfach wieder hoch? Ah, auf... Boah, ein... Ein, äh, Dragoni... Äh, Drago... Dra... Dratini? Drago... Nier? Dragoran, ja. Okay. Da aber nicht. Ich habe es mir schon fast gedacht, weil, äh, da war jetzt nicht dieses Zeichen. Okay, naja, es ist nur für die Münzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Vielleicht war es beim ersten Jahr auch gar nicht. Dann habe ich ja eigentlich nicht sehr viel falsch gemacht, muss ich sagen. Das, äh, würde mir eigentlich ganz gut passen. Ich nehme jetzt aber trotzdem alle mit. Komm! Und... Yes! Okay, ja, dann wissen wir das auch. Und ich werde jetzt hier einfach mal ganz gemütlich speichern. Ha, guck mal, das kann ich sogar so kaputt machen. Das Dragoni da oben macht irgendwie gar nichts. Naja, von mir aus. Ist einfach nur da. Chillt ein bisschen im Himmel. Warum nicht? Scheiße. Kann man ja mal machen. Auch hier geht es nicht runter. Okay, das ist ein bisschen tricky. Aber kein Problem für uns. Scheiße, ich dachte, ich hätte es wieder töten können, aber egal. Genau so nehme ich. Man springt und dann BAM! Aber so kannst du wohl nur... ...das Tourtalk erledigen. Jetzt verliere ich aber schon ganz schön viel krass Energie. Und oh Gott, wird das jetzt knapp, ey. Alter, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das, äh, ging. Und damit kommen wir zu Canyon City. Unsere nächste Welt. Und das ist ja mal cool. Ist das jetzt so alles eine Art Bowser-Schloss darstellen oder so? Nee. Äh, the students here were not available to Mewtwo. Oh, wahrscheinlich ist der Endgegner Mewtwo. They help people cross the canyon to escape. Ja, das könnte sogar wirklich sein, weil Mewtwo ist ja auch das letzte Pokémon, was man trifft, ne? Könnte sogar glatt sein. Hier ist nichts Geheimes. Nein, haben wir nicht. Und damit noch eine Tür. Ich glaube, da gibt es wieder mehrere Türen. Eine wird wahrscheinlich wieder richtig sein oder so. Schauen wir mal rein. Hier haben wir, halt, Moment mal, Moment mal, da haben wir einen Zettel. Können wir den lesen? Tatsache. It's a ladder to ash. Also alles Informationen, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Naja, was soll's. Okay, nächste Tür. Schauen wir uns mal an. Oh, okay, was ist das hier? Hö, ah, das kannst du selber bestimmen. Ach, lass mich raten, ich muss die beide mitnehmen, oder? Das wäre... Obwohl, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Ach, weißt du was, ich fahr jetzt erstmal mit einem ganz nach oben. Ah, okay, man kommt so nicht an das andere Teil ran. Ah, ich verstehe. Okay, naja, es ist wieder nur so ein Münzteil. Muss jetzt eigentlich nicht unbedingt sein, aber okay. Ich würde sagen, deswegen scheiß mir da jetzt auch einfach drauf. Und gehen lieber weiter und schauen... Oh, ich dachte schon, hilf, scheiße. A flare appeared. It wants to help you cross the canyon. And it's ready to go. Ach, sagen wir jetzt nicht, dass ich... Da jetzt irgendwie drauf stehen bleiben muss, oder so. Wir können fliegen. Wie cool ist das denn, wir fliegen mit unserem Mew auf einem Glurak. Wie cool ist das denn, bitte? Alter. Sagen wir jetzt nicht, wir müssen die ganze Zeit fliegen. Das wäre ultra cool. Okay, das ist mega geil. Was für ein geiler Scheiß ist da das denn? Können wir auch attacken? Tatsache! Oh mein Gott! Flammensturm! Ach, wie cool ist das denn? Ja, komm, sprühen wir mal ein bisschen vor. Das dauert mir nämlich ein bisschen zu lange. Okay, hier kann ich mir schon mal vorstellen, dass ich ausweichen muss. Scheiß-Scrolling-Level-A. Okay, was ist das hier? Ah, das eine drückt dich nach unten. Das andere wird dich dann wahrscheinlich nach oben drücken. Ja. Und das Gelbe schießt dich zurück. Ah ja, okay. Schauen wir mal noch ein bisschen nach vorne. Oh! Oh! Scheiße, das war jetzt übermütig. Ja, das kommt davon. Sagt nichts. Sagt nichts. Ja, tut mir leid. Das war... Ach. Weil ich auch nur neun Leben hab, ey. Ich bin auch ein Lappen, ey. Wo kommt's denn jetzt? Blöder Habitag. So, jetzt kommt wieder die Phase. Hätte ich auch ruhig mal speichern können dazwischen. Aber nein. So, wir machen das trotzdem jetzt ganz schnell hier. So. Ja, hier. Das ist ja alles hier nicht wirklich schlimm. Wenn man die jetzt auch noch nebenbei tötet, die Habitags, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Wir gehen jetzt hier ganz nach oben. Das Habitag, das hat uns halt vorhin zerstört. Oh, okay. Jetzt könnte es kritisch werden. Wow! Wow, okay. Dass ich tatsächlich gerade durchgekommen bin, glaube ich, war mega lack. Okay. Wir müssen uns dagegen halten. Ja, komm. Ein bisschen schneller, bitte. Das ist jetzt nicht so eine spannende Phase. Also, okay. Jetzt kann es wieder interessant werden. Weil du hier keinen Einfluss hast. Also, nur wenig zumindest. Also, eingeschränkt. Okay. Ich muss das hier ein bisschen zurückhalten. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay. Das Habitag lasst jetzt einfach mal vorbeifliegen. Dann schnappen wir uns das Teil da oben. Und da ist auch schon... Äh, das Ende? Hä? Hä? Wo war da denn jetzt der Sinn? Hä? Ne, jetzt mal ernst. Wo war denn da jetzt gerade der Sinn? Sag mir nicht, ich hätte alle Pokébälle sammeln müssen. Warum geht's denn da nicht weiter? Hallo? Hä? Jetzt geht's doch weiter. Bin doch schon vorhin gegen das Ende Teil geflogen. Naja, wir haben jetzt zwar nicht alle Pokébälle gesammelt, aber wisst ihr was? Es ist mir relativ egal. Wir fliegen weiter auf Glurak in der nächsten Folge von Pokémon Darkness. O O O O Bis zum nächsten Mal.